ja heimkommen bei namens an die wahlp meiner märz und wir begrüßen euch soll zuletzt play mario party acht joshis abzug das bin ich der beliebt ich bin der bohr wer ist nicht in der ist nicht weiß dann ist joshis ich bin gut so war es ist nicht mario ich bin immer hinter den sterne wir sehen kann ich habe bereits zwei sterne und alle anderen haben kein haus aber in der letzten oder den stellen verlegt zugunsten von mir genau auf dem weg sein wenn man gleich den dritten zu wollen und das ding hat es jetzt auch vollgebracht es gibt noch gar keine bilder mehr wenn jemand auf ein bau sagt dann werden wenn die fälle die fälle so genau so auch anders jetzt kommt der geile du bist auf dem weg von dem ding ja und ein kugelbomber ja was wir weg ich habe zwei davon ich meine absolut macht dann wo ich noch eins der wird der nächsten sterne ich sehe wie dann sehe ich schon wieder am ende dieser partie von mir auf die knie fällt und meinst du nicht glaubst dass du wirklich gewinnen kannst war da meine ja ich bin mit einer rotierenden klappen zum nächsten und der reichheitser das ziel nämlich vor den kurzen acht sie tauschen oft im übelsten moment auf so kann man nicht so viel sachen und wie die dinge motion herfordern nicht runter nein war sogar in früher doch herunter 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 her dachte ich war seine ich war am ziel als ein ballerina fuß ja dann gehen dann darf das ding zu landen ich hab noch nicht mal füße ich bin jetzt breitmen sternen zu rennen das ist jetzt ich baue nur mit dem glück kalt verstehe schon gewiss auf mein feld landen ja das glaube ich aber nicht und jetzt will auf dem an das ist ein bisschen vor mir noch ja ich glaube wir müssen noch ein zweiter leute was geht ich stehe hier die partie ich kann auch alle einen spaß haben das ist kein problem geht direkt weg ich will nicht hier mit dieser fließe war voll einseitig hier doch immer mario party ist irgendwie so als spiel da wo man nicht wirklich können braucht oder irgendwie so hatte weil es irgendwie voll glücksabhängig ist ich sehe das ist der mal bei mir wenn ihr auftauchen die sehen schon vielleicht ist immer weit von dir entfernt ich habe bereits drei sterne leute da war schon wie hat schwierige fall überhaupt kommt ja wenn wir hier gewinnen die fahrer von diesen ketten und ab je schneller du bist desto schneller geht die farbe ab keine also ja einfach nur so bild und her schütteln aber so schnell wie möglich gemacht danke schön danke schön jetzt sagen wir stehen und den nächsten stehen trotzdem nicht mehr gar nicht wie man da hinkommt ich bin gleich auf dem weg geil ja frei wird gehen ich werde aber am ende den sterben kommt für die meisten genießen jetzt so weiter gehen mal mario war nicht da mehr nähe schon vorbeigelaufen doch der ist vorbei gelaufen der ist nicht vorbei gelaufen ich werde mich hier so und dann so runter und dann nach dahin wieder auf dem pferd klopps alle auf den dicken dicken so sehr wenn ich passen in dieser runde wir kommen wir dürfen auf den schießen noch gar schon ja 30 sekunden wenn den weg zur spitze und drei gegenspieler die dies verhindern soll bis da wir müssen so wir müssen dieses mal als team fungieren ich weiß wir sind nicht die besten freunde in mario party aber trotzdem wir müssen uns am regen reißen schieb mir den dicken ab ja die lage ja die lage das 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 Da ist der Hammer. Wenn die Bolle spüren, dann kommt der Einblick. Was ist das? und wir fliegen davon hier aber lieber kein fly 60 mit dem 61 münzen ich muss allerdings nicht mehr wenn der sowieso eher rankommt bringt mir gar nichts nach oben etwas probierend für die dschungel tour das haben wir ja ich kann jetzt verkaufen das also die springen bonbons so eine kaka wie so eine kaka lage wie auch so essensrechte aufspringt ja du bist so eine kleine biederliche verlage die man einfach zertreten möchte dabei ist man nicht kann die musik was ist nicht der link zu sein weil ich sollte mir noch nicht erreicht jetzt muss ich hinter dir mit zwei sternen drei hat nur einen also selbst nicht hinter dir selbst mario post schnauze mario ich bin hier der wahre superstar nicht dann hier natürlich am ende der welt scheint wenn ich dann darf sie sein der kennt sie nicht die springen dingen kennst du dich springen dinge ich glaube ich jetzt nicht weil ich sagte lässt sich hinterher ich stehe hier oben also glaube ich nicht ein zwei drei vier fünf da kommst du nicht nur 9 das gab meine chancen erhöht zu kommen wenn ich nur jetzt muss ich entweder mario oder dich hier gerad haben gerade weil wir auf meine bitte nicht ein von euch beiden hier einfach noch treffen der hat mich gewinnt warte mal als kriecher denn jetzt kann ich ja nur einen stern kriegen nicht mehr das feld land ist so ein land ist ja direkt wenn ich auf den geland wer wer sowieso nicht wird klappt also egal wissen wir auf mario spieler ist sie unter 10 glaube ich nennen ja ja da haben wir schon mal bei vielen anarchie und wir fahren es nur das kann ich das kann ich sogar im real life ich kann einen ski fahren dann kannst du ski fahren ich kann schon lange ich kann es ein bobo und das ist geiler umgerecht bewegen und flugdrehen und gott springe um die rampen um so den hindernissen aus den weg zu gehen rauf aufs und die piste hinab ok bist du bereit dafür kommen wir machen wir nehmen diese pose ein frittenfänger kiebe weg kiebe weg kiebe 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 da kommen wir auf kanal ich habe jetzt nicht einfach zu verloren gegen mario ja ich hab eins verloren das war die zehn runde ja ich hätte jetzt gern stern ja dann zeig mal ich möchte das nicht ich verbiete es dir überholt und auch war mein gott dieser natürlich ist das unterscheiden aber perfekt ja es wollte ich auch auf leute irgendwie bin ich an ort bei denen nur bei diesem bein fliege der an der letzte davon der geht seinen eigenen weg nein 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 ja ausgezeichnet ein sternen der nächste direkt vor mir ein feld das ist sehr weit weg von uns ein ja ich muss links lassen oder ich kann auch nach rechts bis zweiter natürlich mit mario und beide gleich stark 27 ganz klar und er wird irgendwo hinschränken aber er kommt zu mir nicht auf mich 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 noch noch weiter im pern geh weg geh weg es ist fast sehr weit entfernt glaube ich nicht vielleicht vom sternen arbeit ja na ja ich möchte mein glück auch herausfordern mario geht auch schnell vor der geist kontinuieren weg schnappt dabei war die wahl viel glück gehabt wenn sich das spricht was das glück ist mit dem sattenkollege auch immer ja jetzt bin ich meine ja stern nummer vier dankeschön fühlt sich leicht verraten von dem spiel schon von anfang an irgendwie natürlich bin recht lange ja ich triff aus demselben feld wo ich gestartet will ich habe jetzt einen abendstern an aber er hat kein geld hat er will ja da ist er doch so geld gierig da werden auch schwer einstellen müssen irgendwie tut er ja voll unter eigen leite bonbon macht das deshalb wird die münzen eines ob was das bei pfeilwuppe entschieden wird was alle gegen mich alle gegen mich alles klar habe ich kein problem mit ich mache ich ziehe euch alle aber wir noch mal sehen ich bin ein bonusspiel goldfänger ich bin ein bonusspiel bonus will ich mir fangen mit deinem kopf so viele müssen auf die möglichkeit gegen ein längst der stadt hier kannst du für einige sekunden keine münze einsammeln gott schon wieder so weit hier nur so gleich bei uns bis mal so ja ja auch nur so hier nun hat den unterschied ja hier hat noch keine kleine körper ich habe einen großen körper ich habe alle eingesammelt war einer von uns hier ein verfehler wir sind nicht eigentlich verarschen ich habe alle eingesammelt war einer von uns hier ein verfehler wir sind nicht verarschen ich habe alle eingesammelt ich habe alle münzen super ja das ist nicht gut mario kann sich glaube ich den stern bald holen da wo ist denn der stern soweit ich komme noch nicht hin und liefere den mit einem erst mit dem ersten spieler gebäck da habe ich dann gewinne vor allem der einzige spieler der bei dir auf dem weg wäre wäre ich bin jetzt nach rechts laufen würdest wäre der erste spieler die nur entgegenkommst ich ja und was ob du gegen mich gewinnen würde deswegen also genutzt hat mich du darfst du dich noch zurücklaufen ist nicht schön das ist eigentlich nicht schlecht ich bin näher dran eine sterne als vorher ich fühle mich erwarscht von dem spiel auf meiner seite was macht jetzt gar nichts mal über den ständen verlegen da gibt es einfach nicht so morgen bin ich schon wieder wohin denn jetzt mit dem ding sie ist einfach so ich weiß nicht mal ich will der stern ist geil ja ja ich weiß feuerlich gemacht sternen holen und weil darauf war wieder gegen die cpu ist ja entweder alle entweder die beide ging es oder das wäre auch so gewesen alle lieben mich war dann schon sagen wir haben der andere man sich um die monst du du kannst dich um die man sich so nicht muss die märchen einsammeln gott du musst du musst nur hier so so bewegen und so machen ich nur muss so machen und ich hoffe die vermossen ist nicht doch ich bin ein geist ich werde ich kann nicht rein suchen alter die nur sauer glauben nicht an geister ich muss die viecher kaputt haben aber ja ich muss sie möchten rausholen also auf dem haupt der monstig jetzt auch nicht durch die muster und du bist du triffst du ja gar nicht ich bin fast fertig und dadurch wir haben gewonnen und sollte ich über sollte ich eine über 20 minuten aber eine runde macht man eine runde noch eine geht noch ein so und jetzt sind wir nicht auch noch den anderen trecker mit mit deren obst also mit deren krauten die karotten ernte bei uns wird so gut sein du könntest jetzt mit warme und wer liefern das war nicht mal für dinger der hat aber drei kleine das war ja okay nur start also für ein bonbon gewinnert einfach springen mein lieblings von der ab staubbonbon abstand also wir sagen dass der über plant wenn wir mehr in ein team sein das ist so weit entfernt warum sie nicht mit dem dinge werden glaube ich nicht wir sind auf dem don't kommen du schaust mich ja ganz schnell das finde ich ja gar nicht schön von hier in sternen weiter der krieg noch besser alles können alles war überhaupt kein glück das war alles so geplant genau aber ich bin zweiter wo sind die nächste stern so mein weg ein moment bitte moment und sie Was ist das für ein Ding? Ein Dreimalfall. Natürlich wieder voll gemacht ist glaube ich wieder fast gleich eine stelle wie vor ich will nicht mit dem dicken zusammen ich will nicht mit dem dicken zusammenarbeiten es gibt ein kampf auf leben und so sowieso aber Befördere Dein Gechner von der einstützenden Plattform und gewinnen zwei Eichs. Zwei Gechner die erste Runde und dualieren sie sich oben. Gutes Timing beitreten und Schläge ist wichtig um Dein Gechner auf den bereits einstützenden Teil zu befördern. Komm wer wird sich also ausgestülieren? Vielleicht steuern wir an ein Spiel. Genau. Herrschert der Eichscholle. Ach was. rot als die roh wird geht weg idag geacht mario macht den platz warte mal so draußen wir haben gewonnen wird mario gegen bario verloren er soll schwächere hier von denen aber die wahrseite hier programmiert irgendwie hat du gewinnst okay ich glaube wir wollen machen machen wir einen schnitt wieder